Diese glänzende Flüssigkeit besteht aus Metall. Es ist aber kein Quacksilber. Es ist quasi ein ungiftiger kleiner Bruder namens Galinstan. Galinstan ist eine Legierung aus drei Metallen. Gallium, Indium und Zinn. Gallium und Indium sind relativ teure Metalle. Leider ist genau von denen am meisten enthalten. Und das macht Galinstan natürlich kostspielig. Die Legierung lässt sich ganz einfach herstellen, indem ich Indium und Gallium gegeneinander presse. Zwischen den beiden Metallen bildet sich dann eine Mischung beider Metalle und Mischungen von zwei chemisch gebundenen Metallen nennt man Legierung. Die Legierung aus Gallium und Indium ist flüssig. Hier fängt es sogar schon an, dicke Flüssigmetalltropfen zu tropfen. Total beeindruckend, dass sowas überhaupt funktioniert. Wenn ich jetzt noch Zinn mit hinzugebe, ist das selbstgemachte Galinstan fertig. Galinstan hat eine extrem große Oberflächenspannung. Sie ist zehnmal so groß wie die von Wasser. Die Oberflächenspannung tut ihre Arbeit und aus diesem Grund sind kleine Tropfen Galinstan kugelrund. Nicht wie bei Wasser ein plattgedrückter Blob, sondern wirklich rund.